So Leute, was geht ab bei euch? Wir spielen hier wieder eine Runde Team Deathmatch. Dieses Mal auf der Map Stronghold. Ich weiß nicht, ob ich die auch schon mal gezeigt habe hier im Video. Ich spiele mit der Männer. Woah! Komm Team-Mate, geh mal rein. Komm Team-Mate. Oh nein. Oh, hinter mir. Spawnwechsel schon. Ne, doch nicht. Lol. Ja, hätte ich einfach reingehen müssen. Ja, schon wieder hinter mir. Mauritz, Mann. Das gibt's doch nicht. Das kann nicht wahr sein. Dreimal wurde ich gekillt. Und dreimal waren die hinter mir. Und da war einer. Das gibt's nicht, oder? Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Immer hinter mir. Jetzt habe ich, denke ich mal, schon einen Titel für die Folge. Das kann echt nicht wahr sein. Hier oben. Du Pümmel hier. Ja, mach deinen Neueinstieg an. Bringt dir trotzdem nichts und trotzdem kommt dann ein anderer an. Wieder Mauritz. Mauritz, Mann. Bam. Komm, hier eine schöne M8. Tja, Mauritz. Oh, shit. Ja, der snipet dahinten. Ne, wir müssen hier weg. Das bringt nichts. Das bringt nichts, wenn wir da gegen zwei, drei Mann alleine antreten quasi. Dennoch mit dem Sniper dahinten. Hinter uns? Skype-Nachricht auf jeden Fall. Möp. Infanterie ausgeschaltet. Oh, nein. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Da oben. Ein Abschuss. Ja, der eine schluckt, der andere kommt mit Ripper an. Bedrohung neutralisiert. Feindliche Drohne gesichert. Bestätige den Abschuss. Feindliche Drohne gesichert. La, 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 la. Feind am Boden. Oh, shit. Nein. Nein. Bratwurst, Werner. Wie kann denn unser Team hinten liegen? Kann, Fokus, aktiv. Wie, wie die da alle hinten sind? Ja. Hahaha. Das gibt's doch gar nicht. Hauptsache, das ganze Team war da. Bestätigt. Und ist immer noch da. Beziehungsweise nicht mehr. Boah, vereinzelnd. Oder wie auch immer. Mir auch eigentlich scheißegal. Na, was machst du da? Leute, ich zeige euch hier den besten Spot. Haha. Ein Assist. Einer AssIST. Mö. Und wer schreibt da wieder auf Skype? Alph. Thilo. Bedrohung neutralisiert. Oh oh. Oh oh. Ich habe ihn gehört, ein bisschen, hinter mir. Beziehungsweise er hat auf mich geschossen und hat mich nicht getroffen, das habe ich gehört. Tja, hast du dir wohl gedacht, hier hinterm Tisch kämpfen, du Sack. Du Sack, Sack, Sack. So, wo gehen wir hin? Hier lang? Gehen wieder alle dahinten. Hinten lang. Feindliche Drohne nähert sich. Hinter uns? Beziehungsweise hinter mir? Ja, Bratwurst, Beana. Ich habe 32 Kills. Was machen die Teammates? 17,4, okay, der eine ist gar nicht so. Ich hasse diesen Spezialisten. Ja, ich habe nicht mal einen gesehen. Killt mich. Killt mich nicht. Hui. Huiuiuiui. Bäh. 33 Kills ist doch auch ganz in Ordnung. Es werden ja noch mehr. Und der hat schon wieder sein... Ja, das bringt dir nichts, der Neueinstieg. Ich würde einen anderen Spezialisten nehmen. Bahnen, Leute. 37, 13. Schon wieder eine richtig geile Runde. Böp. Wie ich finde. Zwar kein Hater erreicht, Zwar kein Geist erreicht. Aber trotzdem. Ich glaube, einmal oder zweimal kurz davor. Zack. Hier nochmal der schöne letzte Abschuss. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein paar Däubchen noch umfreuen. Dann sehen wir uns morgen wieder. Haut doch rein. Tschüssi, Kowski. Tschüssi, Kowski.